Das ist Lukas. Er arbeitet bei einem großen Online-Händler. Schon den ganzen Tag freut sich Lukas total auf sein Date mit Lea heute Abend. Doch es sieht schlecht aus, denn Lukas ist zuständig für die Online-Marktbeobachtung. Heute muss er im Internet die Preise des Wettbewerbs recherchieren. Manuell. Und das kann den ganzen Abend dauern. Doch auch Lea hat zu tun. Sie arbeitet bei einem internationalen Hersteller und ist zuständig für das Vertriebsnetz. Jeden Anbieter manuell zu kontrollieren, kann Lea noch einige Feierabende kosten. Und so werden sich Lukas und Lea wohl noch länger nicht sehen. Ein Fall für den TPO, den Drehpuls Price Observer. Die lästige Preisrecherche, für die Lukas regelmäßig ganze Feierabende opfert, macht der TPO komplett automatisch. Einfach selbstgewählte Shops und Artikel zur Preisbeobachtung an den TPO übermitteln und schon geht es los. Der TPO scannt täglich die Preise der beobachteten Anbieter und übermittelt die Daten an Lukas. Der kann so seine eigenen Preise vergleichen und anpassen. Auf Wunsch sogar vollautomatisch. So wird Lukas nie wieder zu teuer anbieten oder zu billig verkaufen. Oder Feierabende opfern. Auch Lea profitiert vom TPO. Im Nu hat sie die Preise ihrer Händler kontrolliert und kann sich nun auf ein Date mit Lukas freuen. Drehpuls Price Observer. Wettbewerbsvorteil, Zeitersparnis und Ertragssteigerung in einem. Aktuell und einfach als Datenabonnement ohne Softwareinstallation. Jetzt testen unter www.preismonitoring.de Teinzessparnis Es gibt keinen Platz. In producer's Hoveому Äh, auch meine EVER Wir sehen unsgod zu uns Wie will hoch? Wir sehen uns überhaupt nicht